Da angelt da einfache Fische? Okay, cool. Kann ich eigentlich hier rein gehen? Aha, hier ein Truck. Wacht auf, verdammt dieser Eerde. Sie ist immer noch zu. 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 Ey, ey ey ey. Ich weiß nicht. Nein, nein, nein? У Also Tisch kann ich jetzt mit Ihnen mal fragen, und denиваетρärke Was? Sie ist in间rbar. Im Namen des großen Reichs, mirke der kommunistische Erke, der in verbotenen Bereich festgenommen wurde, zum Tode durch Erhängen verurteilt. Fickt euch, tot den Faschisten! Get out of your life! Getschen! Oh Gott, Gott! Weg von hier! Das wird ja ein zweites Stalingrad. Auf! Ich zog Pavel aus der Schlinge und er sagte, dass er mich so nah wie möglich an die Polis heranbringen würde. Dann werde ich den Orden kontaktieren und von den Geschehnissen berichten. Der Weg zum legendären Theater führt durch die Katakomben. Ich war noch nie zuvor hier und ohne meinen neuen Freund wäre ich vermutlich völlig verloren. Ich hoffe, er kennt den Weg. Jo, hoffe ich mal. Ha! So macht man das! Genau wie die drei Musketiere, was? Wenn es nur zwei wären. Hast du das Buch mal gelesen? Echt verwirrend, aber ich habe es geliebt. Ich wollte immer Athos sein. Du kannst D'Artagnan sein, ha? In Ordnung. Unsere Zeit ist knapp. Wir gehen von hier aus zum Theater und dann bist du zur Polis und ich zurück nach Hause zur roten Linie, okay? Ha! Mir gefällt nicht, wie sie die Verfolgung aufgegeben und das Tor hinter uns versperrt haben. Kein gutes Zeichen. Scheiße! Fünfte! Bitte kommen! Anderle! Fünfte hier! Mach das Licht in den Tunnels aus. Die sind jetzt totes Fleisch. Verstanden? Totes Fleisch. Ja, was jetzt? Hm. Das werden wir noch sehen. Ach, zur Hölle damit! Rückzug nicht möglich, Spartana. Moskau liegt hinter uns. Vorwärts! Stopp! Gut, Fertan. Deshalb haben die Verschissen das Licht ausgemacht. Dinger hassen es. Okay, Spartana. Eine kurze Lektion. Patronen helfen hier nicht. Aber da sie Angst vor Licht haben, machen wir es hier denn? In Ordnung? Was heißt, Fernander? Schau bloß nicht die Taschenappe aus. Verstanden? Ohne sie landen wir in einer Welt aus Schmerzen. Ein Einsturz. Anscheinend haben sie den Tunnel gesprengt. Vielleicht ist etwas auf der anderen Seite, das sie nicht mit Schüssen aufhalten konnten. Halt! 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 Ich spüre einen Luftzug. Irgendwo muss ein Weg durchführen. Da. Artyom, hilf mir mal! Komm schon, Artyom! Ja, ist er gut. Scheiße! Überall Spillweben! Diese kleinen Dinger können das nicht gewesen sein. Hier müssen größere Viecher sein. Mann, pass auf, dass du sie nicht wächst. Scheiße! Die sind ganz nah. Farkation. Keine Hektik. Seid hier vorsichtig. Sieht frei aus. Lass uns gehen. Ein Schacht. Das ist hoch. Den können wir definitiv nicht hochklettern. Okay. Hoffen wir mal, dass der Aufzug funktioniert. Ja. Ja. General, man läuft. Frei. Messie? Warum haben wir noch eine Kampf mit diesem Baby? Also, was ist jetzt? Kann man das erwarten? Verdammt! Die haben uns gehört! Scheiße, wir sind direkt in Ihrem verdammten Nest! Scheiße, das sind echt viele! Stopp! Er ist schwer! Stopp! Hier kann es! Der Aufzug kann ich hier richtig tragen! Nimm das Miststück! Siehst du den Bauch? Das ist die einzige verwundbare Stelle! Der Rest ist zu hart gepanzert! Okay, Artyom! Wenn wir einem dieser Dinge begegnen, dann mach deine Lampe an, bis es seinen Bauch zeigt! Hast du verstanden? Die Mistfiecher hassen das Licht mehr als alles andere! Komm schon! Mieren ab! Blödes Mistfiech! Artyom! Brafe ist Gottverdammt! Nimm das, du Miststück! Puh! Danke, Kumpel! Eine für alle, was? Was? Hier! Die Brücke! Ich habe davon gehört! Das Theater sollte jetzt nicht mehr weit sein! Das ist hoch! Los geht's! Mist! Die schon wieder! Artyom! Nimm deine Lampe, um sie abzuwehren! Ich versuche uns rüber zu bringen! Klasse! Das sollte gehen! Ach, das war's! Artyom! 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 Komm und hilf mir, das rauszuziehen! Auferge ist blonde! Mann, wie schnell! Bitte schnell! Man zacht! Mann, zacht! Ja, ja, ja! In den Wagen! Schießt, wie sie offen ist! Sie sind dabei! Hier! Ich heb dich hoch! Scheiße! Wir sind drinnen! Ach so, tief hier! Schnell, schnell, schnell! Schnell, schnell, schnell! Bewegung! Hier! Bereit? Los geht's! Wo warst du? Alles klar, Atiom! Komm schon! Los geht's! Licht! Da! Los! Wie gefällt euch das, ha? Wie gefällt euch das, ihr Schlampen? Okay, hier sind wir sicher! Warte einen Moment, Atiom! Ohne Licht ist das schlecht! Lass mich eine Fackel oder sowas machen! In Ordnung! Es werde Licht! In Ordnung! Lass uns gehen! In Ordnung! Lass uns gehen! Lass uns gehen! Scheiße! Artyom! Bleib dich bei mir! Kann du es! Ich bin der Bühne! Ich bin der Bühne! Na! Scheiße, sieht nach einem elektrischen Schloss aus. Okay, die Drähte für die Nacht... Du hast die Lampe. Wenn du den Dräht entfolgst, müsstest du zu einem Sicherungsgasten kommen. Er hat früher das Tor betrieben, aber die Batterie ist sehr wahrscheinlich jetzt leer. Wenn du dich findest unten, dann lade ich jetzt den Drähter in den Sinn und wir versuchen, die Flüge zu erhöhen, okay? Okay. Da ist es! Da ist es! Da ist es! Da ist es! Das war's. Das war genial, gut überlegt. Bereit? Gut, ernsthaft! Wir sind jetzt fast beim Theater. Der Metroeingang sollte ganz in der Nähe sein. Doch so kurz die Strecke auch ist, wir werden sie auf der Oberfläche zurücklegen müssen. Und dort kann jeder Schritt, den man macht, der letzte sein. So, und das heißt für mich, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, Leute! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!